Servus, meine Leute, an Not Another Dope Show. Ernst, Stand 2, Wochenreflexion vom 14.8. des 21.8.1994. In dieser Woche hatte ich so einiges um die Ohren. Mittwoch bekam ich eine Absage zwecks den Testtagen. München ist nicht. Naja, ich klemmte mich hinters Telefon und habe mit Mühe und Not einen Tag bei der Herrschinger Polizei klar machen können. Donnerstag fuhr ich mit dem Rad um den Ammersee. Eigentlich wollte ich ja unter Leute. Nun war ich alleine. Aber es war schön und ich war über meine Ausdauer überrascht. Den einzigen Kontakt hatte ich zu einem Mann mittleren Alters, den ich nach dem richtigen Weg fragte, als ich vor drei Abzweigungen stand. Zur Polizei erging mich mit gemischten Gefühlen, da ich früher ja nur als Täter dort war. Ich wurde von einem netten Herrn empfangen, der sich als Hauptkommissar entpuppte. Er zeigte mir seine Inspektion und unterhielt sich mit mir. Er erklärte mir, wie die Polizei gegliedert ist und die einzelnen Dienstgrade. Wir unterhielten uns einige Stunden auch über sein Hobby. Der Jagd. Die Jagd. Die Jagd. Ich ging von dort mit einem neuen Bild der Polizei fort. Und ich konnte auch ein positives Bild von uns ermitteln. Alles in allem hat mir die Testzeige sehr gut gefallen und mir geht es im Moment sehr gut. Bin aber schon leicht nervös wegen dem anstehenden Elterngespräch, das als nächstes Ziel ansteht. Tja, was war da, Leute? Ganz klar. Also, das Bild, was die Polizei von Drogenkonsumenten, Drogendealern etc. pp. hat, ist natürlich ein negatives. Ganz klar. Es ging mir schon in der Ausbildung an, wo ihm beigebracht wird, dass es ganz was Schlechtes ist, dass die Dieder alle schlecht sind und natürlich auch ihre Erlebnisse. Selbstverständlich gibt es unter Dieder auch Verbriecher und wasserwelche. Es ist da ganz klar, dass da auch mal welche dabei sind, die sich mit Waffen lehren. Aber um das Thema sollte es gerade nicht gehen. Mir ging es einfach nur darum, dass ich dort einfach mal ein anderes Bild davon mitgegeben habe können, dass die Polizisten erfahren haben und gesehen haben, ja, nicht jeder Süchtiger ist ein schlechter Mensch. Mensch, ich bin ja auch kein schlechter Mensch, deswegen. Ich meine, ich saß hier ja später noch einmal drin, mit dieser Polizei, und da hat er dann einen auf den Teusch gemacht. Die haben es immer noch nicht verstanden, leider. Da hast du viel Arbeit zu tun, damit das an jeder Mensch versteht, dass jemand, der Drogenkonsumiert, kein Verbriecher ist. Das war's für heute. Wenn's euch gefällt, Daumen nach oben, wenn nicht, Daumen nach unten oder dann in die Kommentare. Warum? Bis dahin, bis dahin, bis dahin, Leute. Bis dahin, 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 bis Untertitelung des ZDF, 2020